Ja... Fick. Ich hol die Kiste noch irgendwann. Tja, irgendwann. Dass das Spray zu Ende ist. Genau, ist eigentlich schon vorbei so. Alles geschafft. Mach ich nochmal so ein extra Video. So Leute, da ich gesagt habe, ich hol mir die Kiste irgendwann, ich fahre noch einmal auf diesem Server und dann habe ich mir zugeholt. Hier ein paar Ausschnitte. Oder machst du ein eigenes Let's Play Get Kiste? Genau die Kiste, oder? Boah ey, ich hab wichtige Sache. Ich hab ein Schild, Alter. Und erschaffe Zombieschwein und Setzling und Eisenfeldhacke und Klop. Das ist ein Schild. Weedem Bruce. Weedem Bruce. Live for me. Is that weedem Bruce. Der Internet kackt ab. Was uploadst du gerade? Ich upload. Und gar nichts, Alter. Und ich lege auch nicht. Vielleicht leck ich bei dir so, aber bei mir leckt nichts. Flüssig. Ist bei mir alles. Hm. Schau, ich bin am Ende der Map. Ich geh nicht weiter. Jetzt. Ey Marcel, was soll ich jetzt machen? Ich bin am Ende der Map. Und zurück geht. Ich geh am Rand entlang. Bist du echt schon am Ende? Ja, ich bin am Rand. Wir sind auch ziemlich weit am Rand sowieso schon. Und ich bin ja noch weitergegangen. In welche Richtung denn? Sag mal deinen Daten. Mhm. Keine Ahnung. F3. Minus 47. Minus 47. 122. Minus 31. Ich bin runtergefallen. Ah, ich lebe noch. Oh, du Wunder. Liebe Gott, Herr Saved Me. Alter. Ich spreche jetzt in die Richtung. Auf jeden Fall glaube ich, dass es das Ende ist. Auf jeden Fall gibt es hier keine Blöcke mehr. Zur einen Seite. Weiß. Boah. Boah. Oh shit. In Wasser gelandet. Lucky, Alter. Oh fuck. Ich glaube, ich sterbe jetzt gleich, Alter. Glaub ich auch. Begründung? Oh, hast recht. Ich hab noch ein Leben. Zwei. Einer Teil. Ich hab aber ein halbes. Und ich stand mir da drin, irgendwie. Ich bin tot. Mhm, cool, stopp. Ja, ich will grad losbringen, Landrecht, oh. Landrecht, oh. Das ist doch nicht wahr. Aua. Aua. Seriously? This sucks. This sucks. This sucks my dick, Alter. Kommt so, so Minecraft CD und dann so. Bah, das passt doch eigentlich durch. Mhm. Ich hab ne Kiste gefunden. Ja, ich hab, ich hab, ich hab, Diamant, äh, Diamant, äh, Diamant, äh, Dingens. Äh, Stein. In Labereimer. Zombie-Schwein. Ey, geh mal auf die Plattform import mich, weil das muss ich selten. Ich hab nämlich die. Was hast du, Diamants, was? Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Hemd. Hammett. Warte, ich gebe auf Plattform. Mhm. Aber pass auf, das ist bei der Lava. Mhm. Ich tu ne Kiste. Ist da, ist da, ist da, ist da, ist da, ist da. Ist da. Böh. Ja, Mann, Messer. Wir haben auch ein chess-played. Mhm. Die, die bewahren wir uns, wir, jetzt schon für's End auf. Mit der Wüchte nicht rum. Mhm, ja, ja, ja. Mach ich aber jetzt gleich nicht. Nicht. Mrrrcht. Mrrrt. Dominik ich ich wo ich wieder zu haben ich habe lieber kurz im Holz holen nun in der Kiste es kann es ist ein Lava-Bakit ja da ist Lava-Bakit Lava-Bakit ey warte ich brauche noch mal ich brauche noch mal Leute wenn ihr jemals euch entscheiden müsst zwischen Maccaves und KFC verdammte Scheiße geht zu KFC wenn ihr dann zu Maccaves geht ich will ihr seid die größten Idioten der Welt oh boh 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 ich seid einfach mad alter ihr also immer wenn fast wurde dann KFC wenn zwar Auswahl steht wenn nicht dann dann geht gar nicht außer Maccaves wir haben da jetzt wubbelt ich weiß ja nicht wie das schmeckt weil wir in das schmeckt scheiße haben also geht einfach mit zu KFC ist einfach besser für euch dann werden groß und stark das hat der auch Chuck Norris schon gesagt ja manche Daggerer und KFC werden weiter nicht müde weil wegen Chuck Norris Weißt du, was ist bitteres? Ich habe erst gestern erfahren, dass Chuck Norris tot ist. Ich dachte mal, der rennt fröhlich munter nach oben, so feiert seine Partys. Feiert seine Partys. Was würdest du denn machen? Was würdest du denn machen? Ja, was würdest du denn machen, wenn du Chuck Norris wärst? Hä? Hm. Ich würde selber erst an Sky ein Roundhouse gegeben und dann würde ich eine Party machen. Eine Chuck-Party. Party bei Chuck. Bappo. Bro, ich brauche Holz. Scheiße. Wir alle brauchen irgendwas. Lass uns ein Lied darüber singen. Hahahaha. 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 Sagt dir das so ernst. Hahahaha. Also, jeder Mensch braucht etwas im Leben. Hahahaha. Lass uns ein Lied darüber singen. Ich brauche dich und du brauchst mich. Wir brauchen uns. Ich glaube an dich so wie du an mich glaubst. Swag. 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 Ich bin mir auch nicht klar, Alter. Hast du das eigentlich klar übersingt? Swag. 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 Hm. Ach, ich sehe auch Holz. Ich war runtergesprungen, damit ich Holz hab. Und auf unserer Base so gar noch Holz. So oben. Ich bin schon wieder am Rand, Alter. Wollte kleine Map. Wollte kleine Map. Oh, das ist Kiste. Hat sich doch gelohnt. Ich springe hier fünf Minuten rum und finde eine Kiste. Hat sich doch gelohnt. Ich hab noch ein Leben und da ist jetzt eine Kiste. Yeah. Bam. Goldschaufel, Eisenstiefel, äh, Schaffelschleim, Zuckerrohr und Setzding. Portemilch. Das sind wichtige Sachen. Die brauchen wir irgendwann. Ja, ja, ja. Sehr wichtig. Ja, ja, ja. Hm. Warte. Soll ich die echt teleporten? Ja. Hm. 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 War ich nicht wahr? Der andere Hero hier im Test. Wann war ich im Test hin? Hm. Oh fuck. Ah, ja. Kannst du mal bis in Cobblestone fahren? Nee. Kannst du schon abworten? Ja, ich hab schon Cobblestone genutzt. Hm. Hm. Ich hab immer noch hier Brenzlage. Ah, danke. Brenzlage vor allem. Nicht Brenzliche Lage, Brenzlage. Hm. 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 Ich mach dir sogar eine, eine Schniegelsteinspitze. Eine Schniegelsteinergel? Ja. Wir machen halt auf das Cobblestone, was da kommt und dann nochmal bis hin. Also wir sind ja eigentlich aus Fun, oder? Nein. Guck mal was hier habt. Ich spiel nicht aus Fun. Guck mal was hier habt. Wir spielen nicht aus Fun, Mann. Hol's dir! Wollen das schaffen. Bist schon behindert, ne? Ich mach mal was Scheiße, das ist weg. Ach nee. Ich spiel nicht aus Fun, Alter. Ich dachte, das gleicht, dass die jetzt ganz gechillt runter und ich hol's dir eben. Hm. Also ich hab gerade eben mal so, wieviel Diamanten weggeschmissen? Acht. Ähm, ich geh mal Steine fahren, ne? Ich geh mal Steine fahren, okay. Hä. Alter. Was denn? Hm? Nix. Ne. Ich farme gerade Schnee. Mhm. LAL, ich brenne! I'm burning. I'm burning. I'm burning. I'm burning. I'm... Oh fuck. I'm the burning man. Here comes the burning man. Boah. 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 BGF guck mal. Guck mir mal zu. Mhm. Warte. Kann was viel schneller? Jetzt. Guck mal. Komm her. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Mhm. Jero. Was denn? Wo bist du? Mhm. Cool story. Wo braucht man eigentlich die Farm da für Schnee? Wofür ist die da, hä? Damit man steert. Mhm. Und was machst du mit dem Schnee? Erweitern die Base. Mit Schnee? Ja. Wieso mit Schnee? Das schmilzt nicht und ist fest. Guck doch hier. Ist doch hier überall. Ich könnte nicht einfach Gobblestone nehmen, ne? Das dauert länger zum Fahren. Aber es ist schnieke rarara. Aus dem hatten wir da noch gar kein Gobblestone. Ist aber schnieke rarara. 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 Vier Steinschaufeln? Das wird einfach ganz in Metall da. Boah, jetzt geht's los. Boah, push. Boah, nix. Das ist nur schnell alles gerade mehr. Ach, nix Schaufel. Alter. Wie viel Kattes hast du? 35. Ja, paar fallen dann immer in die Lava rein. Voll aggro, ey. Okay. Ich pushe grad voll. Hm. Hm. Okay, also. Boah. Mein Inventar ist voll. Mhm. Wie lang nehmen wir schon auf, Bro? Weiß ich nicht, Bro. Du hast keinen Bock mehr, aber egal. Nö. Mach weiter. Ja. Müssen wir heute durchschaffen. Boah. Heute vor allem noch, ne? Tag ist ja nicht schon halb over. Nee. Drei Viertel. Nee, 23, 24. Erst in zwei Minuten. Hm. Hm. Gleich MW3? Hm. Voll Privatsgespräche, so im Lesbild. Hm. Ja, ja. Mach mal was. Anständiges. Ja, ich geh grad drum so. Ja, ich geh grad drum so. Ja, ich geh grad drum. Mhm. Okay, du kannst meine Küste gucken, wie viel Schnee wir haben. Mhm. Hm. Ich bin ja grad nicht auf der Base. Naja, wir haben drei Stacks und fünf einzelne. Mhm. Also ein bisschen Baum kann man schon machen. Hm, guck halt Video, man. Ich guck nicht Video, schöne Musik. Ich guck halt aus. Du bist schon wieder so müde. Oder so. Du weißt es wohl wenig. Hm, hm. Es kommt mit der Zeit immer so. Ja, nur über mich nicht. Leute, hier ist ein Silberfisch. Mhm. Yo, Bro. Silberfisch. Yo, Bro. Silberfisch, ho. Silberfisch, ja. Yo, Bro. Silberfisch, ho. Sorry, Bro. Oh, mein, euer Bro ist der Silberfisch. Here comes the Silberfisch. Uhuhu. Uhuhu. Ist das Hauen? Das war Silberfisch. Uhuhu. Oh, da sind es... ... das sind zwei Creeper, die gerade runtergefallen sind. Das ist bitter. Boah. Ach, hier sind Creeper-Spawner. Oh, fuck, ich fand das da gefallen. Oh, ich bin in... Aber gut, ich lande safe in der Lava. Geil. Ich bin im Spinnennetz gelandet. Oh, no. Mhm. So, wie lange nehmen wir noch auf? Lange. Meine Stimme klingt ab. Mhm. Meine Stimme klingt ab. Mhm. Meine Stimme stimmt ab. Ich meine, es stinkt, tut mir leid. Das glaube ich, ja. Hm. Mhm. Ah! Oh! So, noch fünf Minuten bin ich weg. Was machst du dann? Oder guck mal, wie lange wir brauchen, um eine volle Folge noch auf... ... voll zu haben, so. Mhm, warte. Was? Wir haben erst 48 Minuten? Boah. Also, wie lange noch? Ähm... Wir könnten jetzt aufhören, aber wir zocken noch. Okay, hau rein. Junge. Was? Vernünftig. Haut rein, Leute. Nein. Jetzt komm! Jetzt komm! Alter, ganz ehrlich, das riecht auf. So, ich bin da. Herr, hast du geportet? Nein, ich tue nur so. Guck mal, was ich hab. Wenn man die jetzt nicht abbauen könnte. Das wär geil. Lol. Guck mal meine Internet-Array an. Bei mir steht hier einfach nur drum. Was machst du denn? Ach, da. Okay, äh... Dann, bis zum nächsten Mal. Jetzt hab ich wieder Lust aufzunehmen. Eh nicht. Das ist nicht mehr. Und jetzt? Oh, nö! Nein, wir können gleich noch weiter aufnehmen. Ich ne kurz kleine Pause. Bis zum nächsten Mal, haut rein! Haut rein!